Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, Part Nummer 6 wahrscheinlich. Hier baut sich jetzt erstmal das ganze Gelände auf. Ja, ähm, hier wollten wir, wir haben Dreck gesammelt jetzt dafür, hier, und ich wollte das Feld bis dahin machen. Das kommt ja nicht drunter, damit ich so machen kann, und, so, dass hier Wasser reinkommt bis dahin. So, ich möchte jetzt auch noch was Erde machen und das hier und das hier. Symmetrisch ist es jetzt leider nicht, aber, naja, dann könnten wir doch eigentlich theoretisch nur eine Treppe hin machen zum Feld. Ich glaube, das mache ich dann doch mal. So, dann kommt das Tür weg. Tester. Tester. Hm, geht das auch so? Ja, dann kommt das Tür weg. Okay, das geht jetzt ganz blöd. Komm, 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 komm. Mach mal noch. Äh, nicht mal Vegetar und jetzt hier rüber. Und, essen bräuchten wir dann auch mal, aber jetzt bräuchten wir jetzt Zäune. Zäune haben wir nicht hier. Hm, jede Menge Zäune haben wir. Und zwar, so, dann bestimmt natürlich die Sockel auch nochmal. So, jetzt schaut jetzt blöd aus, aber ist, glaube ich, besser so. Und hier, zur Schönheit, ja, doch, schaut besser aus. Ähm. Und haben wir wirklich nichts mehr zu essen. Entschuldige. Ne, wir haben wirklich nichts mehr zu essen. Komm, geh durch. Ähm. Ist blöd. Ja, jetzt hat mich schon gewundert. Och, und ich habe meine Schnappe schon wieder nicht eingeschaltet. Okay, ich habe eine neue SMS. Von der Telekom. Ja, die EU-Vorschrift wurde telefonieren im Ausland billiger. Aha. Ich freue mich. So, und ich brauche jetzt... ...was zu essen. Aber da reichen neun Fockeln nicht. Ich mach mal mehr. Natürlich mal schnell wieder die Zäune rein. Nämlich das Holz mit. Und... Werkzeug bräuchte ich auch. Habe ich Sticks. Sticks habe ich. Stein habe ich. Niemals viel. So. So. Werkbank ist hier. So, dann. Ja. Und los geht's. Los. Ähm. Hier war doch irgendwo eine Höhle. Ja genau hier. Hallo? Boah, bevor ich da rein gehen muss, sehe ich das so machen. So, und hoffen, dass hier nichts kommt. Ja, ist super. Das war jetzt auch eine Riesenhülle, aber ich glaube, da geht es noch weiter rauf. Hey, das ist doch mal nice. Das ist wirklich mal nice. Dann mal gleich hier die Kuliapper. Und... Hier unten haben wir Kohle. Hier. Das scheint eine Hülle zu sein. Und... Da haben wir unsere Mittagessen. Das muss jetzt so gehen. Na toll. Ach, komm. Ey, bin ich jetzt dumm? Ach, dann halt nicht. Dann nehme ich halt eher... ...diese Kulia hier. Bin ich jetzt dumm? Komm, ganz langsam. So. So. Boah, und die Musik riegt ja mal überhaupt nicht aus. Na ja, schon besser. So. Aber wie viel Kohle hier immer ist. Ach ja, und dieses Heranzoomen geht mit. Ob die Fälle auf meiner Internetseite, auf meiner Homepage stehen, die ganzen Mods, was ich verwende. Also, ich habe jetzt einfach eigentlich auf... Ne, natürlich nicht. Äh, ich muss jetzt schon mal schnell schauen, wie viel ich schon aufgenommen habe. Also, kurze Unterbrechung. Dann sind wir gleich wieder zurück. So, und willkommen zurück. Ja, ähm, so um die... Acht Minuten waren das jetzt halt. So, und... Da ist nichts, dann... Hm. Ja, dann... Gehen wir einfach mal in die Richtung. So. So. Aha. Okay. So, jetzt bin ich aber... So, jetzt bin ich aber endlich wieder zurück. Ich habe vergessen, die Musik einzustellen. So. Ähm. Bitte, ist hier hinten. Lauf ich da rein. Ähm. Zucker, was kann man als Zuckerheft nehmen? Ich weiß es nicht. Äh, als Zucker kann man Zuckerheft nehmen. Sonst... Papier. Hm. Ich bräuchte aber Schweine oder so. Oder Eisen. Ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Um Rohstoffe zu farmen. Dazu... Autsch. Erstmal alle Knochen brechen. Ähm, weil Leitern haben wir ja... Soviel ich weiß. Genau. Leitern haben wir hier oben. Das heißt... Das heißt... Das heißt... Wir nehmen mal die Hälfte für den Leiter mit. Die Hälfte für den Code... Der Code lassen wir da. Daraus machen wir jetzt einfach mal eine Focke. So. Dann nehmen wir mal unsere Mine runter. Die Mine nochmal, aber dann... ...gegenüber vom Baum. Also hier. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.